So, wir müssen also jetzt... Warum zitter ich denn schon mal da? Hier hoch. Ich vermisse unseren Buddy! Der war doch eigentlich... War er cool. Er war zwar nicht ganz clever, aber... Naja. So. Ich weiß, die meisten Sachen, die immer gleich so erscheinen können, tödlich enden. Da ist ein... Da ist doch ein Hut! Warte, das muss ich ausprobieren. Das ist doch gut, oder? Jawohl! Wer kann man denn jetzt sein? Wir schauen uns das natürlich gleich an. Okay, es sagt nicht, dass wir aus... Okay. Ich bin jetzt so der... Komische... Das ist ganz schön laut. Ich will unseren alten Hut wieder. So. Nein, spring doch da nicht runter! Junge, was machst du? Das ist... Ohohohohoho! Ciao! Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war kurz verwirrt. Ähm... Ich weiß nicht, wohin. M, 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 M. Da ist er. Nein! Ein bisschen Konzentration. Irgendwie hakelt es ein bisschen mit der Steuerung. Hallöchen! Wir sinds. Häääh! Ähm... Okay. Okay. So, wir wissen jetzt so ungefähr, ne? Hier greift sie uns noch nicht an. Aber jetzt so. Du kannst uns nicht sehen. Du kannst uns nicht sehen! Alter, du bist hier schön und bist hier niedlich. Äh... Die sieht ziemlich erschöpft aus. Jetzt frage ich mich natürlich, ist die sauer auf uns oder ist die einfach nur von ihrem Job genervt? Man weiß es nicht. Okay, wir können hier also nichts machen. Habe ich verstanden. Aber ich will jetzt auch nicht in den Raum rein. Okay. Ich habe eine Idee. Nee, das war so safe im Fehler. Der Giraffen-Tante hinterher zu rennen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein. Ups. Nein, mach das wieder drauf. Ich will kein Schach spielen, weil ich bin total schlecht im Schach. Hier ist wieder das allwissende Auge. Oh. Was ist denn das? Weißsch... Okay. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Ach, okay. Wir müssen also da hoch. Das ist hier das persönliche Spielzimmer der Grand Dame. So, der kommt eins da, wo der jetzt ist. Zwei nach links und eins nach vorne. So praktisch auf den da. So. Dann müssten wir den hier... Jetzt packe die noch da drauf, bitte. Wie komme ich jetzt da hoch? Okay, das soll so nicht sein. Ah, hier war nichts mehr. Okay. Aber Moment mal. Bin ja auch doof. Der Turm. Aber wir können es halt nicht schieben, ne? Warum können wir da jetzt nicht hoch? So, und was hatten wir noch? Turm. Und... König. Okay, das ist hier... Ach ja, ich bin ja auch doof. Wie zur Hölle komme ich da jetzt hoch? Nee, nee, nee. Mach doch mal bitte das da wieder drauf. Danke. Wir schließen mal die Tür. Die nicht zu schließen geht. Ich muss doch da irgendwie hochkommen. Die haben Rollen, die kann man irgendwie... schieben. Können wir hier irgendwas schieben? Nee. Huch, das war ein Stück zu weit. Ich will mal gucken, ob wir hier noch irgendwas anderes haben. Was wir vielleicht mitnehmen können. Aber ich glaube nicht. Nee. Oh, da ist noch eine Puppe. Ah, wartet mal. Wir haben ja so Fläschchen, ne? Müssen wir den vielleicht erst aufwecken, dass der irgendwas macht? Nee, okay. Alter, wie komme ich denn jetzt da hoch? Es ist dieses ewige Hin und Her... Ähm... Ich verstehe es nicht. Aha, aha, aha. Nein! Ja, das war's. Wir brauchen nur noch dieses eine Kack-Ding. Aber wir können selbst den Stuhl nicht benutzen. Da komm' ich nicht hoch. Da komm' ich auch nicht hoch. Ah, wartet mal. Ich sehe da ein kaputtes Brett am Fenster. Oh, hat das vielleicht was zu bedeuten? Ah, das ist der Mechanismus für die Tür. Nee, da komm' ich nicht ran. Ach, kacke. Ach, na klar. Alter. Leute, das hättet ihr aber schon mal, ne? Ich sag' ja das Einfachste. Na komm' schon. Jetzt können wir das wechseln. Na komm' nimm. Nein, packe es doch einfach da ran. Alter. Jetzt mobst du mich aber ein bisschen, hä? So, irgendwie. Nimm' doch den Schlüssel. Ich trau' den Burschen nicht. Alles nur für einen Schlüssel. Ich wollte's nur mal gesagt haben, ne? Treppensliding. Okay, hier sind wir in der Küche. Stopp, wir müssen natürlich erst gucken, ob wir ein Hütchen finden. Da zittert die Puppe. Alter, diese Schwingtür. Okay, oben scheint nichts zu sein. Oder kann ich hier noch auf die Kartons... Alter, da liegt ja jemand. Das hab' ich... Boah, das hab' ich gar nicht so gescheckt. ...gescheckt mit SCH. Ah, okay. So. Sehr gut. Ach, du jemini. Ach, nö. Komm her. Nein, nein, komm nicht her. Nein, komm nicht her. Komm doch bitte einfach nicht her. Aber das muss so. Denke ich jedenfalls. Ciao. Nein, nicht ciao. Ciao, ciao. Nein, nicht ciao. Ach, komm schon. Ach, das gibt's doch nicht. Ach, das ist doch nicht. Ach, ich bin so. doch nur kommt 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 weiter ich verstehe es nicht ich verstehe es einfach nicht verstehe ich nicht verstehe ich den jetzt hier mit der suppenkeller erschlagen kommt die komische so lassen wir den liegen rutschen wir durch alter was zur hölle okay suppenkelle draufschlagen suppenkelle hinlegen durchrutschen nein nicht durch man anschleichen suppenkelle ich glaube wir sind in einer misslichen lage ich glaube ich kann da nicht durch es geht nicht es geht einfach nicht ich würde sagen wir sind gefangen wir sehen uns in der nächsten folge ich muss überlegen bis zum nächsten mal tschau